Hallo zusammen, hier ist wieder Otschela und heute bin ich hier für euch in Battle for Sjord unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um das Sonnenwindfest im Jahr 2019. Und da hat Blizzard wieder ein schickes neues Toy eingefügt und zwei Achievements, die wir uns im Anschluss auch gleich noch anschauen werden. Und zwar befinde ich mich hier in Sturmwind auf den Koordinaten 49, 71. Bei der Horde ist das Pendant, soweit ich weiß, einmal in Ogrimmar. Und dort haben wir einen Händler und dieser Händler verkauft uns dementsprechend verschiedene Transmog-Items, Pets, Toys, die es im letzten Jahr auch schon gab und jetzt seit diesem Jahr einen Ruhestein des Feuerschluckers. Und der kostet hier 300 Brandblüten. Den kaufen wir uns jetzt mal, setzen den ein und dann zeige ich euch, wo ihr die Brandblüten am besten farmen könnt. Und einmal eingesetzt, dann haben wir den hier in der Toybox. Und was macht das Ding? Das ersetzt quasi unseren Ruhestein. Wie es schon bei den anderen Events der Fall war, theoretisch könntet ihr den dann löschen. Und mittels dem Toy, dass ihr euch jetzt hier zum Beispiel die Leiste ziehen könnt, könnt ihr dann auch ohne Ruhestein im Inventar euch zu eurem ausgewählten Gasthausporten. Solltet ihr den Ruhestein wieder brauchen, einfach dann wieder mit dem Gastwirt sprechen, dann kriegt ihr wieder einen neuen. Also sprich, der ist dann nicht für immer und ewig weg. Wenn wir das einsetzen, seht ihr, habe ich da einen Wappenrock an, habe eine Fackel quasi und die Hand bewegt sich damit recht cool dazu. Das machen wir jetzt aber nicht. Sobald ich das jetzt abbreche, ist auch die Animation weg. Quasi hat man einfach eine neue Ruhestein-Animation, was eine ganz coole Geschichte ist. Dort gibt es ja auch schon andere, wie ich in den letzten Videos schon gezeigt habe. Hier mit dem Kopflosen Reiter oder andere Geschichten. Hier zum Beispiel vom Nobelgarten-Event oder einmal hier vom Mondfest. Ja gut, das ist nicht so beeindruckend. Da gibt es verschiedenste Ruhesteine mittlerweile. Einer fehlt noch und zwar der vom Braufest. Das ist nämlich der hier Ruhestein vom Braufest. Dann sind wir mit allen Events durch. Das wird jetzt aber zum jetzigen Zeitpunkt noch ein wenig dauern. Wie kriegen wir jetzt diese Brandblüten zusammen? Und zwar gibt es verschiedene Aktivitäten, wo ihr die Brandblüten holen könnt. Die erste Aktivität, die ich empfehlen kann, ist den Feuer- oder Frostfürst Ahun-Unboxen. Da könnt ihr euch einfach im Tool melden. Einmal am Tag könnt ihr den machen, oder könnt ihr ihn so oft machen, wie ihr wollt. Einmal am Tag bekommt ihr quasi einen Beutel. Da sind ein paar Brandblüten drin. Das zweite, was ihr machen könnt, ist in eurer Hauptstadt zwei Dailies machen. Die bringen jeweils fünf Brandblüten. Dann muss man einmal hier so Ziele treffen und dann, was die hier gerade machen, so eine Fackel hin und her jonglieren. Ist beides jetzt nicht sonderlich anspruchsvoll und kann man einmal am Tag machen. Zusätzlich könnt ihr dann noch hier verschiedene Flammen ehren bzw. Flammen löschen. Das habe ich jetzt hier bereits auf den östlichen Königreichen gemacht, auf Kalendor. Seht ihr, habe ich diese ganzen Flammen noch da und da gibt es verschiedene Addons, die das anzeigen. Es gibt da einmal ein Addon, das schimpft sich Candy Buckets. Das ist eigentlich für das Halloween Event da, dass man da die Kübel angezeigt bekommt. Geht aber hier auch dementsprechend für das Sonnenwende Event quasi und zeigt euch da die ganzen Punkte an. Gibt aber auch andere Addons. Also da müsst ihr einfach mal gucken, was für euch am besten ist. Zusätzlich könnt ihr dann auch noch zwei Achievements mitnehmen, die auch in diesem Jahr neu sind. Und zwar einmal löschen Zandalas und Flammenwächter von Kultiras. Da müsst ihr einfach die Feuer in Kultiras ehren und den Zandalar löschen. Beziehungsweise das Hortla ist es andersrum. Quasi in eurem Heimatkontinent ehrt ihr sie, im anderen löscht ihr sie. Dazu habe ich mir auch die Koordinaten rausgesucht und kann euch gleich mal zeigen, wo ihr hin müsst. Falls ihr jetzt sagt, das will ich eh machen, bietet sich das an. Dafür bekommt ihr natürlich dann auch diese Marken. Das erste haben wir hier im Sturmsangental, hier oben. Das nächste ist in Tiragaditz und hier im Lager. Das dritte ist ziemlich mittig hier im Lager, in Drustwar. Dann auf Zandalar haben wir das erste hier bei den Vulpira. In Nazmir haben wir es unten bei den Ruinen. Und in Zuldazar ist es nahe des Hauptstadteingangs in Dazar Alor. Das waren die sechs Punkte. Die sind bei der Horde und der Allianz gleich. Heißt, ihr müsst mit beiden dahin. Bloß halt müsst ihr gucken, die andere Fraktion ist dann feindlich. Die greifen euch aber nicht wirklich an, weil die ziemlich low-levelig sind. Heißt, ihr könnt da einfach hingehen, wenn ihr nicht jetzt unbedingt im War-Mode seid und andere Spieler euch quasi dann eingreifen können. Das war's mit dem kleinen Guide-Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Und ja, wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, könnt ihr mich natürlich selbstverständlich gerne abonnieren. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tela. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.